Ich muss noch mal ne Brille aussitzen. Hast du ne Brille? Äh, für ein Bildchen. Weißt du wie du dann aussiehst? Wie Harry Potter. Ne, hast du die unglaublichsten geguckt? Den Zeichentrickfilm? Der hat doch damals... Hat der nicht damals auch im Büro deine Brille aufgesetzt? Ne, den Anzug an. Egal. Der sieht aus wie Harry Potter tatsächlich. Echt? Mit Mustke. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus dem Kanal von Knackige. Heute F1 2018. Und zwar der knackige Grand Prix zwischen Fabian, Julian und Joel und mir. Luca konnte leider nicht mitmachen, denn er ist verhindert. Der muss noch ein bisschen auf-jerken. Und ich glaube, Janis spielt noch ein bisschen Minecraft, glaube ich. Steht ein bisschen rum. Ja, auf jeden Fall, heute wir spielen in dem Grand Prix zehn Strecken. Zehn Strecken in diesem Grand Prix. Aber über Tage verteilt. Das heißt, wir zocken jetzt nicht am Stück. Wir werden pro Strecke auch teilweise mal die hier die Kollision und sowas anpassen. Denn hier haben wir jetzt reduzierten Schaden. Und wenn wir später zum Beispiel Monaco fahren sollten, durch die Stadt, dann werden... So, dass man nicht skippen kann? Ich glaube, wir müssen alle skippen. Nee, wir sind einfach so viele. Warte schon, kurz. Und bei Monaco wird dann quasi einmal Schaden ausgeschaltet, weil sonst ist die Runde, glaube ich, nach drei Sekunden vorbei. Für mich. Und das wollen wir ja nicht. Nee, nicht nur für dich, mein Freund. Ja, ich stimm dich, pull dich mit. So, wir spielen mit Blitz Qualifying und Renndistanz auf 25. Wieso? Hallo? Mein... Äh... Gibt es meine Kamera so behindert? Ja, meiner auch! Meinen nicht. Meinen das nochmal. Du bist behindert. Du kennst es nicht. Du musst, ich muss so umdrücken. Wieso bin ich jetzt im Auto? Ach, so. Jules ist seine erste Runde. Ja. Perfekt. Scheiße, Alter. Dann habe ich vielleicht auch meine Schocks. Ich bin rausgeflogen. Du denkst dann auch Farbets Home Map, weißt du? Ja, ich hab... Oh... War dazu sagen muss, Farbets spielt noch mit so einem geilen Fun-Attack Lenkrad. Fun-Attack. Ähm... Joel hat so ein billiges 5 Euro Ding von Ebay. Ich spiele mit Xbox-Controller und Julian. Welche Kontrollen spielst du? Äh, Switch. Switch! Aber der Switch-Controller ist richtig gut. Ja, aber der hat nur Vollgas oder gar nicht. Vollgas oder gar nicht. Das ist die schlechte Australien-Runde, die ich jemals gemacht habe. Ja, ich hätte den Trigger hätten sie auf einen Button hinsetzen können. Ich fahr mal links in die Wand. Musst du es jinxen, Alter? Musst du es jinxen? Bin ich durch den Scheiß-Schotter gefahren, Alter. Ja, ich auch. Ich habe so viel Zeit verloren dadurch. Das war so eine Scheiß-Runde. War echt so billig. Warum musst du eh noch nicht... Okay. Hä, ich habe gewonnen? Ja. Aber ich habe übel Scheiße gefahren. Äh, ja. Entwoll auf 1920. Wenn ich sage, wenn ich fahre, ich fahre scheiße, dann stimmt das wenigstens zu lügen. Ich bin scheiße gefahren, Alter. Guck dir die Runde an, wenn ihr online kommt in fünf Wochen. Äh. Richtig. Und wichtig. Hä, warte mal. Man kann echt nix... Ah doch. Als ich letztes Fußball geguckt hatte mit Tim, da hat der Kommentator auch gesagt, das war richtig. Und Tim einfach nur so, sag es nicht. Hä, ich dachte, ich bin gut gefahren. Joel, bist du gestorben? Nein. Hä, wo ist Joel? What the fuck? War das Absicht? Nein, war es tatsächlich nicht. Keine Zeit? Hast du es rausgeflogen? Nein, ich habe meine Kamera umgestellt. Achso. Dann wäre ich sogar so letzter geworden. Von daher bin ich aber gegen Wand gefahren. Schwache Batsache. Beziehungsweise eher gesagt, ich habe mich gedreht, als ich auf ein Rasen gekommen bin. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, ab in der Wand. Ich drehe mich auch immer. Erst für den Reifen ab und dann der Rechte, als ich zweimal in die Bande bin. Ich drehe mich auch immer, wenn ich auf den Rasen gekommen bin. Schon wieder nicht? Ich bin mal ohne. Komm schon, das war witzig. Ich weiß nicht, wie ich die Drehzahl immer halten soll beim Start. Aber wie wir das nicht verstanden haben. Es ging um Wichsen. Äh, wie kriege ich jetzt die Kamerainstellung anders? Äh, Kontroll... Äh! Was ist das denn?! Hey, ach komm, Alter. Gar kein Bock mehr auf dieses... Wer trägt mich denn da weg?! Fette! 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 Habe ich dir gesagt? Ich weiß noch, als ob das warst. Das war aber nicht mit Absicht! Ich hab Joel doch auch in der Erde zerblockiert. Oh Mann, ey! Machst du wieder die ganze Runde kaputt für mich? Das war doch nicht mit Absicht, Junge! 特 gut! Nummer zwei! Ja, klar! Wenn ich in die Bots reinfache, ist das mit voller Absicht! Ich darf mich überholen, oder? Guter Start, ich hab nen gelben Frontflügel, ich krieg Patti Mein Frontflügel ist am Arsch, stell's einfach ab Was ist dein Frontflügel? Zum Greifen Die hab ich Du HELL! Du fällst so lahm hier Oben nen Dänke, du Faggot Ich komm einfach nicht wirklich um die Kurven mit dem... Na, wo es geht wieder Oh man, Alter, jetzt schon in der Box, Alter, erste Runde So ein Müllhaufen, ey Was ist denn mit dem Safety Cut, die fahren doch viel zu schnell Wie soll ich denn das Safety Cut einbauen? Virtuelles Ne, da vorne ist ein Safety Cut tatsächlich Ernsthaft? Ja Geil, dann war das perfekt jetzt in die Box zu fahren Ja, da hätt ich das auch machen müssen, aber egal Ja, ich auch OHH BRUDER Der Bruder muss los Joel macht hier Kreise, Alter Nämlich bin ich Magnussen schon wieder reingefahren Hä? Weil der einfach verwirrt ist von Joel Ich muss es auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen Hahahaha Das war's Das war's Äh, in der Box Okay, also hast du auch Probleme? Äh, äh, war's? Ja Krieg ich mal... Junge, wie lange muss man denn jetzt die Scheiße machen hier? Das ist ja richtig dumm Ist der in die Box fertig? Es tut mir leid, es ist meine Schuld Ich nehm's ja auf mich Junge, ich hasse so langsam zu fahren Lieber schnell in die Wand Statt langsam in Magnussen Ja, 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 ja Ey, da ist die Safety Car-Kolonne Leute, ich bin von der Box zurück Jetzt geht's weiter Ah Ich seh dich noch nicht Bist noch am Einholen? Ja, ja Ich hab die Wand gestriffen Oh Mann, Alter Oh Ich bin pieterpieter Oh, ich hab'n Flügel, okay Ich hab'n Flügel Leute, da bin ich wieder Verwarnung Och Junge, starte das dumm Oh, Magnus, du Hure Der Flügel ist einfacher Alter Ja Guck mal, wie So dumm Oh mein Gott, was bremst der denn so? Das war ich Eine Runde ist noch Safety Car Willst mich verarschen? Eine ganze? Dann fahrt doch jetzt die Box Ja Oh nein Sind die nicht in die Box gefahren? Nein Hä? Ja, Joel hast du gesagt, als ich schon vorbei war Toll, Joel Wird's geil, wie die Baha Oh Gott, das mach ich nicht nochmal Wird ja drauf gefahren, oder was? Ne, das nicht, aber Wolltest du mal links, rechts, links, rechts um mal Reifen warm zu fahren Bringt das was? Ja Ja, das wärmt, das heizt die Reifen Da flogen Teile Oh nein, echt? Fünf Sekunden stop and go! Junge Stop and go! Das war aber diesmal nicht ich schuld Nein, Magnussen ist verwirrt von Joel Verwirrt von Joel? Das ist halt links, rechts Der gibt die ganze Zeit Gas und bremst dann hart ab Deswegen ist das hier so scheiße Ich überhole gleich alle Egal, flieg ich hier raus Maschallah Maschallah Aber Leute, wir fahren schon länger als gestern, glaube ich HAH Ich bin auch gleich wieder da Okay, perfekt Junge Safety Car ist der letzte Schrott, ey Ja, das ist echt scheiße Was, Fahr in Patty rein steht da oben? Nein! Fah in Patty rein Fah in Patty rein Fah in Patty rein HAH Und Joel, ich hasse dich Jetzt kann man die ganze Zeit Vollgas geben, ohne dass man in einem rein fährt Ist das geil Äh, was? Ja, mach doch einfach Soll ich? Ich mach Fah ich durch die? Nein! Du kannst Vollgas geben, aber deine Kamerazza wird limitiert die ganze Zeit Man kann doch einen reinfahren, wenn man abbremsen muss Oder? Ich probier's aus, Leute Ich mach das Experiment Ich opfer mich Ich hau dich gleich so weg Neustarten Ja, wir starten So hat Alexa reagiert Bereit mal an der Sonne, kein Überholen Okay, okay, okay Was überholen? Nein, kein Überholen Jetzt! Geht los! Hey! Hey, wer war das? Keiner Ey, mein Scheißflügel ist instant gelb Alter, was ein Hundesohn, ey Was geh's ruhiger an? Das war der Hund hinter mir Ja, das Tracking ist echt scheiße in dem Spiel, Junge Es sollte einen Schiedsrichter geben Jetzt spiele ich hier Wreckfest Magnus Magnus, du Hure Magnus, du Hure Hey! Oh mein Gott, ich... Okay, geh's an den Wacken Er rammt mich komplett weg Weiter, hier fliegen Teile Ja Danke, Groß-Jean Groß-Jean, Alter Große Hose Das ist nicht Groß-Jean, Alter Groß-Jean, Alter Groß-Jean Nein, Groß-Jean Ja, ja, Groß-Jean Ja, eigentlich doch Groß-Jean Nein Groß-Jean Groß-Jean Wie scheiße hört sich das denn an? Groß-Jean 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 Okay, danke Danke, Fabi Danke, äh, bitte Was hat der Überholmanöver? 1-A Was hat der Überholmanöver? Wird weggerammt Wieso zerstellen wir das alle? Weiß ich auch nicht Ich hab schlechte Erfahrungen nach Australien Oh, das ist Quatsch Oh, Groß-Jean Nein, ich werd wieder gedreht von irgendeinem Hülke Berg Ah, ne, das war Peretz Das war Peretz Egal Ich werd, ich werd schon wieder gedreht Ich werd tatsächlich schon wieder gedreht Es kann nicht wahr sein Jajajajajajajaj Das krieg ich nicht mehr in, Alter 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 Mein Gott, ich... Hülke Berg Uuuuh Ist ja alles kaputt hier Oh mein Gott Ist es alles rot Bei mir ist alles gelb. Wie schwere Kollisionen mit Ocon verursacht. Weil der mir hinten reingefahren ist? Selber Schuld ist Opfer! Fünf Sekunden Stop and go! Okay... ...mit Patti wieder auf einem Niveau. Nein das war so gut! Das kann nicht wahr sein! Würde ich die Kurven gerade nochmal nehmen können dann wäre das auch gut! Aber bei mir fliegt der Reifen fast abgefühlt. Richtig. Perretz du bist so lahm, Junge, du bist so lahm, hau ab! Ooooooh, die Kurve krieg ich! Ich kann auch nicht mal mehr in die Box fahren. Warum? Warte mal, das fahren gerade alle in die Box. Ja geil, Alter, tschüss! Ne, ich bin der Einzige in der Box, oder? Oh scheiße, du bist der Einzige in der Box. Es sah gerade so aus, als wären alle da. Strafe. Strafe hauen sie raus. Wir müssen alle bald in die Box fahren. Oh, ich hab noch ne Stop & Go Strafe. Ach du Scheiße. Ach stimmt, die müssen auch noch alle in die Box, ne? Wie viel da bist du? Ich bin zwölf. Zwanzig? Zwölf! Trammy! Ja, Spacken! Ja, ich bin 18. Hä, du bist doch vorher Julian! Was? Ne, ich bin gerade in die Box gefahren. Nein, ich hab mich grad gedreht, sonst wär ich ja auch wieder 15. 18. Ich war die ganze Zeit 9. 10. Hä, du bist 18. Jetzt bin ich 18. Ja, so vorletzter. Hä? Ja. Und Julian, wo bist du? 17. zur Zeit wieder. Ach so. Aber ich hoffe jetzt, ich hoffe jetzt einfach, dass alle in die Box jetzt fahren. Dann hol ich ja alle wieder. Hoffentlich. Ich hab mal kurz ein Ausflug ins Feld gemacht. Absolut. Wäre gut. Die fahren alle weiter, ey. Egal. Entspannend auf der 18. Ich glaub 19 und 20 sind schon kaputt. Echt? Irgendwo stand ein Auto irgendwo auf der Wiese. Ja, hoffentlich war das Ocon, Alter. Boah, Bruder! Ui! Tschüss Hülkenberg. Tschüss Alonso. Könnten wir alle die Kimme knutschen. Ich war die. Hey? Hä? Was denn? Was? Hä? Sag tschüss. Was? Was? Ich bin gar nicht bei dir. Ich weiß. Oh. Oh. Ja, okay. Junge, ich muss aber gleich unbedingt in die Box. Mann, mein Flügel ist so ordentlich voll. Wie viele Runde haben wir? 7! Oh mein Gott, Junge. Ich muss sowas noch in die Box. Ja, okay. Ich muss sowieso in die Box wegen Stop and Go, ne? Ist das eine schwule Scheiße? Ach nee, warte mal. Nein, ist kein... Nein, 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 das ist nicht schwul. LGBT! Herz! Ich ziehe meine Aussage zurück. Du ziehst deinen... Ich bin reifer geworden. Du ziehst deinen bunten Hut vor allem. Nicht mit Reinsinn. Genau. Ich bin nicht mehr dreif ziehen, sagt er. Wo er noch alle aufgefordert hat, ihm die Nüsschen zu lutschen. What the fuck? Mit 13? Hä? Hä? War ich auch bei dir? Nein. Auf YouTube hast du es gemacht. Nein. Was hast du denn immer gesagt? Deck mir die Nüsschen oder so. Scheiße! Alter! Alter! Pass auf! Pass auf doch da! Was hast du getan? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Wolltest du den aktuellen Plan... Bei dir bist du raus? Ne. Ach, da steht er. Da steht er. Da steht er. Der Peter. Der Peter. Fettere Box, oder? Ja, ja. Meine Flügel ist ab. Scheiße! Was heißt ab? Ja, weg. Jetzt steht da auch noch Strafe. Ach kacke, Mann. Jetzt bin ich letzter gleich. Richtig. Fabian überholt mich gerade. Ich war die ganze Zeit vor dir, Alter. Alter, Maul. Wie viele Sekunden Strafe habe ich denn? Fünf-ten Sekunden Strafe, oder was? Ho-hohohoho... realise. Ah, das... òledis auf der Eins. Mhm. 23 Sekunden ist ne halbe Runde, oder nicht? 27... Oh mein Gott, waaas? Fünf Stunden bin in dieser Box, hier. Nein. Nein, ich drehe mich komplett. Ahgal. Alter... Ich bin so am Arsch. Du holst mich jetzt wieder ein, ich drehe mich erst mal. Ich war 34 Sekunden gerade in der Box. Wie soll ich dich einholen? Weil ich gerade 20 Sekunden hier rumstand. Ja, das ist immer noch weniger als ja, rate mal als 34. Ja, aber nicht viel. Warum konnte ich da die Kurve nicht nehmen, Alter? War da irgendwo Spucker auf dem Boden? Genau. Da hat einer hingerotzt. Irgend so ein Fan. Ich hasse Mercedes. Bist du gerade durch die Ziel... Oh, scheiße, Alter, der überrundet gleich alle. 1,25 hat er. Ich habe 1,31 tatsächlich nur. Das ist so billig. Ich habe noch keine Runde mit einem ganzen Auto geschafft, glaube ich. Fuck. Oh, scheiße, das war... Nice. Sag uns bitte, ob es dir gut geht. Jetzt kann ich nicht gedroht irgendwo gegenfahren. Was? Was machst du eigentlich immer? Bin ich raus? Ah, da ist er raus. Hi. Er hat die Schikane nicht gekriegt. Er ist beim Exit rausgeflogen. Oh, Mann, ey. Ich, Idiot. Was hast du gemacht? Ich wollte in die Box fahren, habe mich dabei gekratzt und bin dann leider über die Wiese weg von der Box gefahren. Oh, Gott. Armer. Ja, ja. Ja, das Ding ist, ich wurde eben halt komplett gedreht wieder und da ist ein Typ gegen mich gefahren und ich habe mich nochmal gedreht. Jetzt bin ich halt komplett am Marsch und ganz hinten. Na, du? Ja. Bin raus. Wie du bist raus? Hat die Schikane gut geklappt? Ja, mich hat einer wieder komplett gedreht. Die Schikane hat so gut geklappt, dass ich auszusehen abgekürzt bin. Über die Curve gerutscht. Ausgebrochen. Gegen die Wand. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Seit gestern keine Runde jemals normal beendet. Ich beende meine Runde nur nicht, weil ich, wenn einer von uns rausstieg, auch gegen die Wand fahre. Achso. Ich hätte auch mal irgendwann DHS benutzen können, oder? Also bei Joel ist langweilig, guck mal irgendjemand anders zu. Als ob das nur eine Verwarnung gibt. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann nichts mehr machen. Bist du mich verarschen? Hallo? Du schaltest auf jeden Fall. Man sieht es. Und du gibst Gas. Parken an gefährlichen Ort. Du bist diskordifiziert. What the fuck? Ich glaube, du steckst in einem Map, glaube ich. Ja. Ich hab den rausgehauen. Was? Du hast zwei rausgehauen, Julian. Oh nein, das hab ich jetzt gar nicht gesehen. Was ein Schmutz, ey. Julian hat zwei Leute rausgehauen. Perre zu groß, Gene. Petty, dadurch, dass ich da feststeckte, im Boden, bin ich disqualifiziert worden. Du bist über mir. Hä? Hä, warum das denn? Achso, weil ausgeschieden und diskordifiziert ist was anderes. Wegen AFK rausgeschmissen worden bin ich. Wer schneckt denn da so? Was? Was ist er so leckt? Wer schneckt da so, wollte ich sagen. Aber das war Stroll, weil der schon... Ne, sie rottet gern. Doch, das ist Stroll. Und auch Julian fährt ins Ziel. Also, Julian. Ja? Hut ab, erstes Rennen, Formel 1 und du bist ins Ziel gekommen. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ah, danke. Keine Punkte. Also, mein erstes Rennen hab ich... Ne, meine ersten zehn Rennen hab ich in die Wand gesetzt. Das ist sowieso ein schlechter Fahrer, das ist von daher. Ja, das stimmt. Ey, kein Frontier. Hey, du warst 15 Sekunden schneller als Platz 1. Ja, das war die erste Runde. Wir sehen uns bei der zweiten wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Video vom Kopri. Tschüss. 10 bis 20 Sekunden.